Huuu Huuu Ja, Bro, wir sind schon live, weißt du das? Wie jetzt? Ja, wir sind schon live Wie jetzt? Wie jetzt? Na, wir sind live Menschenskinder Yes Schöne Grüße an die Zuschauer, ist überhaupt schon jemand da? Ähm, ich sehe gerade 8 8 Ah, na dann Knüdel mir mal dein Link zu, dein Streamlink Dein Streamlink? Moment, Moment, Moment Ja, ich sehe schon einige bekannte Namen im Stream Das freut mich natürlich Du hast Musik bei dir rumlaufen, ne? Ja, die mach ich jetzt leise nicht, dass du noch Copyright Ärger kriegst Ja, das wäre nicht so super Hab eben, äh, mir drei Nightwish CDs gegönnt Okay Ja, da kam ich halt beim Saturn vorbei Als ich aus dem Intersport rauskam Ähm, Threads Killer, wir sind über Skype drin Äh, TeamSpeak ist momentan nicht möglich Da ist keiner da, der einen Channeler stellen kann Jo, Anruhe Ja, äh, Loivado und Schinken waren ja, äh, beziehungsweise Loivado waren ja sehr, sehr, sehr radikal, was die Rechte angeht, ne? Mhm So, die ersten Tage konnte ich als, als Admin, ja, als Admin konnte ich Räume joinen und sonst nix, ich konnte nicht mal die Leute kicken Okay Ja, äh, was soll denn gespielt werden, Ambo? Fragen wir doch mal die Community, äh, was wollt ihr denn sehen? Irgendwelche Wünsche schonmal voraus? Ich weiß nicht, ob der Ambo da mitspielen kann Ist das so ne Sache? Ja, ich hab ein paar Sachen installiert Ich weiß nur nicht, ob du die installiert hast Das kommt drauf an, was du hast und ich nicht Ja, richtig Mal ne andere Frage, wie ist denn da die Qualität so vom Ton her? Ist der Ambro zu laut, bin ich zu leise? Einfach mal schreiben Ich seh ja Red Orchestra, Aion Swarm hab ich leider nicht, äh, das hab ich nur auf der Xbox mal gehabt Und Ambro hat schon irgendwas im Hintergrund laufen Das hört man bei dir so krass Ja, das ist, äh, warte So, das war Battlefield Friends Battlefield Friends? Ja, hatte ich noch, ich hab grad meinen Browser wieder angemacht Das war noch gespeichert in einem anderen Tab Okay So, ja, bis jetzt steht es Red Orchestra Alles klingt gut, ja, alles ist super Ja, Ambro, du hast doch Red Orchestra oder nicht? Nee, hab ich nicht Hast du nicht das Humble Bundle damals gekauft? Was? Nee, echt Also bei mir steht da was Ich hab mir nie ein Humble Bundle gekauft Hm, bei mir steht das da Na gut Hm So, jetzt ist Steam bei mir auch an Schauen wir mal in meine Bibliothek, äh, 106 Spieler hab ich ja Äh, 15 sind installiert 106, ich glaub ich Was hab ich denn da? Ich hab Arma 3, Batman Arkham Origins Blackguard, DayZ, Demonikon, The Elder Scrolls V, Skyrim, Garrysmord, Guild Wars 2, Natural Selection 2, Payday 2, Stalker, Call of Pripyat, Splinter Cell Blacklist, The Stanlay Parable, The Walking Dead Season 2 und The Witcher and Hanced Edition Klingt ja schon mal gar nicht so schlecht Guck mal grad, ob ich das Natural Selection installiert habe Dass wir das dann vielleicht später mal spielen können Nee, ich seh's aber grad nicht Ich hab so ne große Steam-List im Moment Nee, ich hab's nicht installiert, verdammt Böse Ja, bislang kam eine World Orchestra als Vorschlag, dann müsste es noch was weiteres geben Dann muss einer einfach mal Arma 3 vorschlagen, dann wird alles gut Arma 3 Moment, ich bin ja angemeldet Ich schlag's jetzt einfach mal vor, los Dann schlag's mal vor Ja Moment, Ambro, ich mach die mal eben Verdor oder Arma 3, hast du Verdor, Ambro, ne ne? Nee, das wolltest du mir schon vor Ewigkeiten besorgt haben Ja, das doch noch ein bisschen, wisst ihr Du besorgst mir die Viper Ja, ich besorg's dir nie Ja, genau, Dark Souls gibt's auch noch, ne? Für die Dark Souls Fans So schön den Viper leiten sehen, seitdem er dann 3 Monate nicht gespielt hat So schön failen die ganze Zeit Oder man spart sich für Dark Souls 2 Könnte man auch machen, könnte man machen, ja Könnte man Tjoa, joa, ich hab hier Ja, machen muss man aber nicht Ich mein, das Gute dran ist ne Arma 3 Dann müsstest du halt jemand, müsste halt jemand den Server hosten Ich weiß nicht, ob das dann von mir aus so klappen könnte Wenn ich schon nebenbei streame Dann müsstest du das wahrscheinlich machen Dann müsste ich das machen, ja Ja Ja, dann haben wir, äh Problemchen mit den Missionen, weil ich hab da ja nur, äh Ein bisschen was, wo ich mal rumgeblödelt hab Achso, achso Ja, das ist natürlich doof Gut, ähm Ne andere Frage, wie wärs denn, wenn wir mit Red Orchester anfangen Und ich gebe euch die Server-Adresse, wenn ihr müsstet ihr eigentlich auch sehen Ja, PlanetSide 2 hab ich leider noch nicht runtergeladen, äh das dauert noch ein bisschen Das ist nämlich nicht gerade klein PlanetSide 2, ja Das, das kann man auch alleine oder zu zweit auch nur schwer spielen, find ich Da brauchst du mindestens, mindestens Zugstärke, um da was reißen zu können Naja, wir haben neun Zuschauer, das heißt, wir hätten schon mal Anzahl von, ja, müsste schon ein Team sein, oder? Weiß nicht, wie das in PlanetSide 2 ist, glaub ich 10er Squad, gibt's das sowas? Ich hab da keine Ahnung Ich bin nicht sicher Ach, Connor ist da Hallo Connor Connor ist da, Connor, hi Will der Connor denn auch, äh, Connor wirst du denn in die Skype-Gespräche reinkommen? Hast du da Bock drauf? Weil Connor hat aber bestimmt auch ein paar Spielchen Klar, Connor hat nie Lust Connor hat nie Lust auf Spielchen Na klar hat er das Ja, FrapSkiller Team Fortress 2 hab ich leider auch nicht installiert Ja, ich Ich dachte mir so mal was anderes, außer diese stetigen Stream-Geheimnisse, ne, wie Red Orchestra Das müsste mal reinkommen So was Neues, frischen Wind bringen, was, äh, was er jetzt noch nicht gab Team Fortress 2 kann ich mittlerweile auch irgendwie nicht mehr sehen, so Mhm Das gibt's auch schon zu lange Irgendwie, nee Nee, einfach nee Einfach nee? Einfach nee? Ja Tja, jetzt muss man uns entscheiden angucken Wir haben sind hier schon 6 Minuten auf Sendung Das heißt Wir brauchen noch ein paar Vorschläge Wenn der Max noch da wäre, der ist aber gerade AFK Der würde gleich Dark Souls vorschlagen, aber der ist gerade nicht da Schade Ja, Connor, wirst du denn mit ins Gespräch kommen oder Bleibst du stumm im Chat liegen? Connor sagt nämlich nichts Halli hallo, halli hallo, da ist der Connor froh, ja froh Ich meine, ich hätte noch Insurgency anzubieten, ne, das hat von meiner Steam-Freunde Das ist ja keine Sau Das ist aber auch ein guter Geheimtitel, ist eine Art modernes Red Orchestra im Irakkrieg Hat auch was, ne? Also, ich kenne Insurgency als eine uralte Source-Mod, die sich ziemlich beschissen gespielt hat Das können sogar die sein, nur dass es diesmal halt Quasi, Counter-Strike 1.6 nur richtig schlecht Und mit, äh, also so eine Mischung aus, äh, America's Army 3 und, äh, CS 1.6 und halt richtig scheiße So habe ich Insurgency Ja, das ist das, nur dass es halt diesmal allein fähig ist und, äh, als Steam-Early-Access-Game verfügbar ist Und ich finde es gar nicht mal so schlecht Hallo, Lion54 Ja, die Mod gibt's auch immer noch Insurgency Modern Infantry Combat, die ist scheiße Und dann gibt's ein neues Insurgency, ein Indie-Strategie-Spiel, was? Action-Early-Access-Indie-Strategie Moment, warte mal, wo bist denn jetzt der zu Hause? Jobseite? Ja, Army 3 wurde schon vorgeklärt, guck mal, Army, wenn wir deine Stimme dazuzähnen, haben wir schon mal zweimal Army 3 Das wär doch schon mal wat Dat wär doch mal wat Dat wär doch mal wat Aber Army, ich weiß nicht, wie Army 3 Dat wär doch wat Ich weiß nicht, wie gut Army 3 laufen wird, das müssen wir einfach probieren Du hast das nicht gesehen mit Strategie-Spiel bei Insurgency, das seh ich grad gar nicht Ne, das stand jetzt in den Suchergebnissen, wenn du bei Steam danach suchst, steht da drunter, als Kategorie Komm, komm, wir spielen Army 3, der Connor hat auch Army 3 vorgeschlagen, würde ich sagen, ich spiel mal Army 3 Komm, schmeiß wir mal Army 3 an, spiel ich doch gut Schmeiß wir nochmal Army 3 an, jetzt muss man sehen, wie der Ton ist Nicht, dass dann, ja, Army 3 zu laut ist, das ist nämlich so ein Spiel, was ziemlich laut sein kann Deswegen muss ich gleich nochmal einstellen im Menü So, ich muss nur grade mal was nachgucken, ich bin grade dabei CDs zu rippen Bis auf die Rippe Versteh ich nicht Verstehst du nicht? Klar, versteh ich Doch, versteh ich Jetzt nicht wunderbar ein schwarzes Bild ist, normalerweise müsste gleich ein, hoffentlich ein Bild kommen von Army Wenn's denn funktionieren sollte Mensch Haben wir denn ein Bild jetzt? Sieht's denn aus? Ah, da ist es doch Das Army 3 Logo Ich brauche Ich brauche sie auf die Rippe